Ja. Und du rufst auch zum Thema an? Ich bin hier in meinem Thema, dass ich gar keine Angst mehr habe, dass ich akzeptiert habe, was auf mich zukommt. Ah, okay. Ich habe eine Krebsdiagnose gekriegt. Ja. Der Diagnose bleibt mir nicht viel Zeit. Ich bin Mama von zwei kleinen Kindern. Ja. Wann hast du die Diagnose bekommen und was heißt, dir bleibt nicht viel Zeit? Mir wurde gesagt, ich soll das Weihnachtsfest genießen, wenn ich es genießen kann, weil es das Letzte sein wird, was ich mit meinen Kindern feiern werde können. Das ist krass. Ja. Ja, es hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen und natürlich waren da auch Ängste dabei. Verständlich. Keine Frage. Aber seit ich dann quasi, ich kann nicht in ein Loch fallen, ich kann mich nicht gehen lassen. Und wie gesagt, ich habe zwei kleine Kinder und die halten mich auch. Und seit ich das so für mich wirklich akzeptiert habe, geht es mir viel besser. Weil ich das Leben einfach mit anderen Augen sehe. Ich genieße Momente, die nicht selbst, also für mich ist gar nichts mehr selbstverständlich. Für mich ist alles ein Geschenk. Ich sehe alles mit anderen Augen. Ich sehe alles auch teilweise mit den Augen meiner Kinder. Und das macht mir keine Angst mehr. Hast du denn mit deinen Kindern darüber gesprochen? Ja. Die lässt du ja dann zurück. Ja, ja. Die sind sechs und vier Jahre alt. Die sind noch sehr klein. Ich habe denen das nicht bis ins Detail erzählt, weil das verstehen sie einfach auch noch nicht. Aber sie wissen, dass Mama krank ist und sie wissen auch, dass es Mama manchmal nicht gut geht. Und sie nehmen die Zeichen auch ganz anders wahr. Mein Sohn, der kennt viel früher als ich, wenn ich eine Phase habe, in der es mir nicht gut geht. Wie so ein Radar. Und ich habe keine Angst. Die größte Angst, die ich hatte, war, ich verpasse so viel. Ich lasse meine Kinder alleine. Ich werde meinen Mann alleine lassen mit den beiden Kindern. Und er weiß doch gar nicht. Und ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Und dann hatte ich ein schönes Gespräch mit jemandem, der mir sagte, Du kannst dich jetzt hinstellen und du kannst betrauern, was du alles verpassen wirst. Oder du kannst dich hinstellen und kannst genießen, was du noch alles genießen kannst. Die zwei Optionen hast du. Hast du jetzt noch irgendetwas vor, was du noch machen möchtest? Ich habe einen Wunsch oder sowas? Ja. Natürlich. Ich möchte mir gerne noch ein Tattoo strechen lassen. Also ich habe meine beiden Kinder habe ich tätowiert. Ich würde gerne noch meinen Mann dazu machen. Natürlich. Ich gehe mit meiner Freundin dieses Jahr noch auf Kreuzfahrt. Ich genieße das Leben. Ich genieße es, wo ich es genießen kann. Sehr schön. Wow. Aber das ist halt etwas, durch den Prozess musste ich sehr lange gehen. Muss man erst mal lernen, ne? Ja, absolut. Also ich bin, wie ich das bekommen habe. Ja. Man muss dazu sagen, ich habe ja schon immer Krebs gehabt und den besiegt. Und es ist wiedergekommen. Ich bin in Therapie gegangen und es kamen immer mehr. Es hat gestreut und aktuell sind es multiple Zellen im Gehirn, wo man einfach nicht mehr sagen kann, also operativ wird keiner mehr dran gehen. Es ist einfach zu, die Kosten-Nutzen-Rechnung ist eins, ja, rendiert sich nicht. Es ist leider in Deutschland so, wenn die Aussicht auf Erfolg einfach zu niedrig ist, wird das keiner mehr operieren. Und das ist bei mir so. Es kann sich auf das Sprachzentrum setzen. Es kann sich auf Sehvermögen, auf motorische Fähigkeiten. Es kann sein, dass ich von heute auf morgen, ja, verlerne zu sprechen oder verlerne irgendwie Arm oder Bein zu bewegen. Das kann alles passieren. Es wird keiner sagen können, wie sich das so entwickelt. Das Einzige, was momentan beobachtet wird, ist, wie sich die Zellen halt verbreiten. Also ob es ein potenzielles Wachstum ist, ein exponentielles Wachstum. Aber es macht jetzt im Endeffekt keinen Unterschied mehr. Keinen Unterschied mehr, nein. So, das kann sein, dass ich die Kreuzfahrt nicht erleben werde. Das kann auch passieren, ja. Aber das ist nicht so, mit dem ich mich befasse. Das hat Angst gemacht, wie mir das gesagt worden ist. Da habe ich echt so, mich tatsächlich teilweise wirklich, habe ich mich gehen lassen und habe gesagt, hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Glaube ich eine sehr verständliche Reaktion, ja. Natürlich. Aber dann waren es meine Kinder, die mich quasi da rausgenommen haben oder rausgezogen haben, indem sie gesagt haben, Mama, können wir auf den Spielplatz? Und ich habe so gedacht, nein, warum, ich kann nicht, ich will nicht, warum soll ich jetzt rausgehen? Doch. Doch, und die Angst vorm Sterben habe ich nicht mehr. Das ist, ich genieße das Leben in vollen Zügen, mit jedem Atemzug. Und ob ich eine Flasche Bier trinke, ja, dann trinke ich sie. Wenn ich darauf Lust habe, tue ich das. Ob es gut ist, ob es nicht gut ist, das spielt keine Rolle. Es tut mir in dem Moment gut und das ist das Wichtigste. Das sind nicht ganz, ganz wichtige Worte, die man so ohne diese Diagnose viel zu selten denkt eigentlich. Man hartzieht sich so in Plänen und Vorhaben und das, was hätte sein können und vergisst dabei, im Moment zu sein. Richtig. Natürlich macht es mich traurig, wenn ich denke, ich werde vielleicht die Einstuhlung meiner Tochter nicht erleben. Natürlich macht mich sowas traurig. Aber doch, im Endeffekt erlebe ich sie ja schon nur halt aus einer anderen Perspektive. Zum einen, egal aus welcher das jetzt ist. Und zum anderen, dafür genieße ich den Moment, was sie jetzt macht, was sie jetzt lernt. Und all das, was ich meinen Kindern, was ich mir wünsche, dass meine Kinder mitbekommen, die Chance habe ich jetzt, es ihnen mitzugeben. Und du wirst ja auch immer positiv in Erinnerungen getragen von deinen Kindern und von deinen, ja, von den Hinterbliebenen. Richtig, das wäre das, meine Freunde oder meine engsten Freunde, die gucken mich an und sagen, warum hilfst du mir denn jetzt gerade? Du hast doch selbst Probleme. Ich sage, ich helfe dir, weil ich helfen kann und weil ich dann möchte, das habe ich den beiden gesagt, also meine beiden engsten Freunde, da habe ich gesagt, wenn ich irgendwann nicht mehr bin, dann ist mein größter Wunsch, dass ihr meinen Kindern sagt, was ich für ein Mensch gewesen bin. Wenn sie sich nicht mehr daran erinnern oder wenn sie mal fragen, dann möchte ich, dass sie meinen Kindern sagt, Mama war dies oder Mama hat das gemacht. Oder wie ich das auch immer so schön sage, wenn jemand über mich spricht, dann möchte ich nicht, dass ihr diejenigen seid, die am lautesten schreien. Ey, ich weiß, wie sie war, ich kann da, ich habe sie erlebt, sondern ich möchte, dass ihr diejenigen seid, die euch zurücklehnen und ein Lächeln im Gesicht haben, weil ihr euch an Momente mit mir erinnert. So Momente und Zeit, die du mit Leuten verbringst, das ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Ja. Der Körper kann krank sein, aber du hast ja noch, ja, das ist manchmal, musst du auch was für dich selbst, für die Seele, für den Geist tun. Absolut. Gut, auf jeden Fall. Meine Einstellung ist, ich gebe nicht auf, auf gar keinen Fall, aber ich nehme an, was halt da ist. Und seitdem geht es mir viel besser. Das freut mich sehr für dich, dass du da noch irgendwie Kraft findest, trotzdem, trotz dieser Situation. Das ist sehr, sehr bemerkenswert, finde ich das und stark. Weißt du, ich rufe an, normalerweise wäre ich nicht so, aber ich rufe an, um eben auch anderen Mut zu machen. Zieht euch die Kraft, Kraft ist nicht das, die Prestige, was ihr habt, so drei Autos vor der Tür oder ihr habt einen guten Job, das ist nicht das, was euch erfüllt. So hört man sich mal auch auf Bauch oder auf Herz und tut das, was ihr gerade in dem Moment tun möchtet, was euch gut tut. Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, du hast mit diesem Anruf sehr vielen Leuten hier jetzt was mitgegeben. Ich hoffe. Und das, ich kann mich nur bedanken bei dir. Ich finde das sehr, sehr stark von dir und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch allen, die zuhören und dir natürlich auch und du machst ein ganz tolles Programm. Das hilft vielen, glaubst mir. Vielen Dank. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ihr auch. Danke. Tschüss. Tschüss.